Hallo auf Technikrater.TV, ich habe mal wieder ein Stück Technik für euch. Und zwar habe ich mir einen Lötkolben zugelegt. Mein altes Brateisen war mir einfach zu viel. Es war klobig, war eher relativ langsam. Es hat schon fast 5 Minuten gebraucht, bis es einigermaßen auf die Temperatur kam. Da wollte ich was Neues haben, zumal das Kabel vom alten Brateisen doch recht starr war. Man konnte also nicht wirklich feinfühlig damit arbeiten. Ich habe hier ein Gerät gesehen, schon ein bisschen länger auf dem Markt und habe mir das einfach mal besorgt vom Banggood. Und das war einen ziemlich geilen Preis. Da war ich überrascht, wie billig es heute schon geht, gute Technik zu bekommen. Und es handelt sich dabei um einen Mini-Lötkolben, digital. Digital heißt in dem Fall, ihr könnt die Temperatur regeln. Auf dem Display könnt ihr euch die einstellen. Und das hält dann die Temperatur auch bei. In den Lötspitzen, die wechselbar sind, sind Messsensoren oder ein Messsensor ist da eingebaut. In der Lötspitze erkennt die Temperatur und der Lötkolben regelt die dann halt automatisch nach, wenn sie fällt, sodass die Temperatur immer gleich bleibt. Die Schachtel, als ich mir kam, dachte ich, es wäre ein anderes Produkt in der Schachtel, denn das Gerät ist allein schon von der Schachtel sehr klein. Ich habe mich da auch ein bisschen gewundert. Das ist wirklich überraschend klein gewesen hier im Päckchen. Da dachte ich, wir haben eigentlich nur Propeller drin für meine Drohnen. Da war dann doch der Lötkolben da, der überraschend schnell da war. Banggood scheint da wohl ein bisschen was besser zu machen in letzter Zeit. Bei mir ist jetzt auch demnächst eine andere Drohne noch unterwegs, die ich auch noch vorstellen werde. Die ist anscheinend schon in Deutschland angekommen. Und das innerhalb von anderthalb Wochen gerade mal. Mal gucken, ob sie morgen zugestellt wird. Würde mich freuen. Gut, packen wir das Gerät hier mal aus. Oder kurz auf die Rückseite noch geblickt hier. Und zwar steht der Mini-Solerant Iron Blue. Das ist eine Sonne-Edition. Die gibt es nur bei Banggood. Kriegt man eigentlich so nicht, woanders zu kaufen. Das ist eine TS100. Die blaue Vision hat den Vorteil, wenn man die bekommen kann, dass sie halt die neueste Firmware aufgespielt hat. Denn hier kann man die Firmware flashen. Es gibt noch eine alternative Firmware, die sehr interessant ist für Leute, die unterwegs damit arbeiten wollen. Mit Akkus zum Beispiel. Denn hier in dem Gerät ist keine Akku-Regelung eingebaut. In der momentanen Firmware, die hier geflasht ist. Es gibt auch keine neuere Original-Firmware. Aber es gibt da halt einen regen Markt an Eigenprodukten. Das ist ein Open-Source-System hier. So, dass es da Firmware-Version gibt, die dann doch mehr können. Und unter anderem ist es auch eine Firmware-Version, die ihr euch vielleicht runterladen solltet. Ich werde das hier unter dem Video wieder verlinken, wenn ihr unterwegs damit arbeiten wollt. Denn die kann dann halt auch erkennen, welche Spannung an eurem Akku anliegt. Und stoppt dann eventuell den Lötkolben, bevor der Akku tiefer anladen wird, was eure Akkus dann schonen wird. Okay, packen wir das Gerät jetzt einfach mal aus. Im Gerät oder im Paket sind erstmal ein kleiner Schuber hier mit Anleitungskram, den man in der Regel hier an die Seite legt. Sollte man vielleicht doch besser hier reingucken halt. Zumindest war hier bei mir im Schuber mit der Anleitung der Imbusschlüssel, der dem Paket bei liegt, den er auch braucht. Denn die Spitze kann so noch nicht eingesteckt werden und dann muss die Schraube erst lösen. Der war hier im Anleitungspaket. Ich dachte erst, oh, blöd, da fehlt mir jetzt der passende Imbuss. War aber dabei. Hier sind auch Ersatzschrauben nochmal, welche dabei gewesen. 200 Zahlen. Ob man die jetzt häufig verliert, kann ich nicht beurteilen. Gut, dass sie dabei sind, aber ob die nötig sein werden, merke ich mal bezweifeln. Kommen wir direkt zum Hauptgrund, warum ich das zugelegt habe. Das war nicht die Anleitung, die ganz gut beschrieben ist. Da findet ihr alles drin. Ich glaube, die war auch in Deutsch sogar. Habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Ich mache sie trotzdem mal auf und dann können wir da rein sehen. Aber nur kurz. Hier ist nochmal ein Safety Insurrection dabei mit einem Key. Da könnt ihr die Echtheit überprüfen anscheinend. Und kurze Aufbauanleitungen. Hier auch nochmal kurz erwähnt, das ist sehr wichtig. Ich habe hier auch nur ein 12-Volt-Netzteil. Das ist das Schlechteste, was ihr mit dem Gerät hier machen könnt. Denn dann braucht es, um auf die volle Temperatur zu kommen oder beziehungsweise auf 300 Grad zu kommen, braucht es 40 Sekunden. Nicht gerade super schnell. Im Vergleich zu einem richtigen, normalen Lötkommen, den man 5-Warn-Matt nachgeschmissen kriegt, vielleicht im Baumarkt, ist das hier immer noch super toll. Aber ich sage mal, der kann schon ein bisschen mehr hier. Bei 24 Volt ist der auf 300 Grad. Bei 10 oder 11 Sekunden hier. Das macht schon ein bisschen mehr aus. Ich habe aber nur ein 12-Volt-Netzteil hier liegen gehabt. Und zwar habe ich das genommen von einem alten Speedboard-Modem von der Telekom. Passt wunderbar. Nur ist es halt ein bisschen langsamer. Ich komme damit aber klar, wenn ihr mehr Speed braucht, dann müsst ihr euch ein passendes Netzteil bei Action & Co. kaufen. Das dürfte da für relativ wenig Geld zu kriegen sein. Oder auch gleich bei Banggood. Ich würde aber dann wahrscheinlich doch einen deutschen Händler vorziehen. Denn ich weiß nicht, bei Strom- oder Netzteilen China bin ich mir nicht so sicher, ob die da auch die deutschen Standards unbedingt einhalten. Aber okay, mit den 12 Volt komme ich jetzt erstmal klar. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn ich ein stärkeres Netzteil gehabt hätte. 19 Volt wäre, ist glaube ich die optimale Lösung. 15 Sekunden halt, wird mir vollkommen reichen von der Zeit. Und 24 Volt, also das Maximum, muss gar nicht sein. Gut, packen wir das Zettelchen hier weg. Hier nochmal die Anleitung. Wie gesagt, die ist in Kyrillisch, nein, die ist auch in Deutsch, meine ich zumindest. Das habe ich glaube ich gesehen. Hier, ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Blätter mal weiter durch. Nein, im Moment sehe ich da doch kein Deutsch. Aber Russisch. Super. Ich brauche die aber auch gar nicht in Deutsch, hier die Anleitung, denn da steht so viel auch wieder nicht drin. Maximaltemperatur sind hier 400 Grad. Mit der alternativen 4MW habt ihr sogar einen Boost-Modus, da könnt ihr kurzzeitig auch 450 Grad mitgehen. Finde ich nicht interessant, denn man geht vielleicht erstmal da aus, von halt, dass weniger Temperatur besser ist beim Lötgen. Das trifft auf bestimmte Sachen auch zu, aber bei Platinen zum Altby nicht unbedingt, denn umso länger ihr mit der Lötspitze auf der Platine sein müsst, umso stärker wird sich die ganze Temperatur dann halt der Lötspitze auch auf die ganze Platine, auf die Platine verteilen. Ist meistens nicht so toll. Besser ist, wenn er relativ zügig das Zinn schmilzt und ihr die Lötstelle herstellen könnt, so wie ihr wollt und dann mit dem Eisen wieder von der Platine gehen könnt. Deswegen höhere Temperaturen manchmal von Vorteil. Wie gesagt, nicht immer. Manchmal schon halt. Deswegen fand ich auch 400 Grad oder 400 Grad hier für mich eine optimale Temperatur. Weiter hoch muss ich nicht gehen. Für meine Anwendungszwecke hier, ich arbeite meistens mit kleinen Gerätschaften hier, vielleicht mal ein bisschen was an einem Laptop machen, mal ein bisschen was an einer Drohnen löten halt. Da brauche ich die 800 Grad jetzt wirklich nicht. Wer das braucht, sollte dazu schlagen, da gehen halt 400 Grad halt und maximal im Boost 450 mit der alternativen Firmware. Gut, das brauchen wir hier auch nicht mehr, den Key, oder ich brauche ihn doch mal vielleicht noch gerade. Hier ist halt ein Tipp bei. Da habe ich auch einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich mir hier einen Tipp gekauft, also die Lötspitze, die relativ fein ist und die konisch ist. Konisch hat einen Nachteil. Der ist vielleicht ganz gut, diese Lötspitze ist vielleicht ganz gut halt für wirklich ganz kleine Lötstellen. Wenn ihr einen Chip anlöten wollt, ein Beinchen anlöten wollt, zum Beispiel, das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt hier. Wenn ihr aber halt normal im Alltag Stellen löten wollt, an den meisten Lötstellen, die ihr so finden werdet, wo ihr was nachlöten müsst, da ist eine Lötspitze, die leicht angeschrägt ist, halt besser. Warum ist das so? Nun, mit einer wirklich feinen Lötspitze, wenn ihr damit auf das Zinn geht oder auf meinetwegen die Steller, die ihr löten wollt, dann habt ihr auch nur einen Berührungspunkt, der relativ klein ist. Damit die Temperatur zu übertragen mit diesem kleinen Berührungspunkt ist schwierig, weil es einfach relativ lange braucht, bis das Lötgut, also in dem Fall das Zinn, dann gelötet oder sich verflüssigt. Da ist es besser, wenn eine flache Spitze, also eine leicht flach angeflachte Spitze, vorhanden ist, weil sie einfach eine größere Fläche hat und damit auch das Zinn schneller flüssig macht. Deswegen, ich würde euch raten, es gibt ja verschiedene Spitzen für diesen Lötkolben halt, holt euch eine Spitze, manchmal auch eine feine Spitze halt, die leicht angeflaggt ist, das wird euch den Lötalltag einfach ein bisschen versüßen. Hier diese Spitze ist, nur für spezielle Sachen wirklich gut zu gebrauchen halt, deswegen würde ich dazu nicht unbedingt raten. Ich werde nochmal ein Bild einblenden halt und euch dann auch meinen Vorschlag mal in das Bild einblenden. Diese Spitze habe ich mir auch bestellt und die finde ich am interessantesten zum Löten halt. Die ist wirklich für super feine Arbeiten halt gedacht, hier die Spitze, aber für den Alltag ist sie schon fast nicht mehr so gut. Okay, nehmen wir den Lötkolben hier raus. Winzig klein, wie ich schon sagte halt. Ich habe die Folie glaube ich abgemacht. Ihr habt hier unten noch die Möglichkeit, das Gerät hier zu erden. Ob das wirklich nötig ist, für die meisten Sachen wahrscheinlich nicht. Wenn ihr extrem spannungsproblematische Sachen habt, also Gerätschaften, die extrem auf kleine Energiespitzen reagieren, dann könntet ihr euch hier mit erden. Das Kabel liegt hier nicht bei, müsst ihr nachbestellen. Es gibt auch eine große Vision von den Blödenkorn hier. Da ist noch eine Menge Zubehör dabei. Da ist das Ladungskabel dabei oder beziehungsweise das Erdungskabel dabei. Bei der Version hier nicht. Ich werde dieses Kabel auch wahrscheinlich nicht benötigen. Von daher kann ich das verschmerzen. Das Gerät sieht ausgepackt einfach so aus. Ihr habt hier einen, ich sag mal, Füllfederhalter, großes Gerät, ziemlich einfach aufgebaut. Zwei Knöpfe, eine Erdungsschraube, vorne eine Schraube, um das Gerät hier oder beziehungsweise den Tipp anzubringen, also die Lötenspitze. Die müsst ihr auch beim ersten Mal, wenn das Gerät hier bei euch ankommt, lösen. Sonst riecht ihr die Spitze nicht rein. Die ist nämlich fast reingeschraubt, ganz die Schraube hier. Erstmal lösen, mit dem passenden Inbusschlüssel, der beiliegend ist. Also den kleinen hier. Und dann könnt ihr die Spitze hier reinschieben. Die sehen so aus, dass ihr hier eine Keramikfläche habt und in den Keramik sind dann einfach Kontakte eingelassen, also Kontaktsringe. Die stellen den Kontakt einmal zur Stromquelle her. Das sind aber drei, weil dieses Stück hier vorne zählt mit und stellen nicht nur den Kontakt zur Stromquelle her, sondern auch den Kontakt zum Sensor, der in der Spitze eingebaut ist hier. Irgendwo wird er hier liegen, der halt die Temperatur misst und mit der gemessenen Temperatur, die er dann weitergerät, an das Gerät weitergibt, könnt ihr die Temperatur euch einstellen und er hält dann auf die Temperatur, so wie ihr, wie ihr haben möchtet. Gut, wir bringen die Spitze mal ein, schieben wir einfach hier rein, ziehen das Ganze leicht wieder fest, also nicht eher zu stark, einfach mal hier wieder reinstecken, anziehen und macht dann mal so eine Drehung und zieht leicht an, also nicht mit Gewalt. Die Hinterschraube braucht ihr nicht anziehen, die ist für das Gehäuse. Das könntet ihr theoretisch wechseln, halt, ich sehe da keinen Sinn drin. Dann könnt ihr den Strom da anschließen an das Gerät und seid ready to go. Beim Anschließen zeigt ihr euch ganz kurz nochmal an, welche Version der Firmware drauf ist. Und in dem Fall ist die Version 2.1.8. Dann steht der Press und die passende Taste, die ihr drücken sollt, um das Gerät hier zu starten, das ist in dem Fall die hier vorne, also drücken und dann kalibriert sich das Gerät am Anfang ganz kurz. Gerade wenn es neu ist, wird es sich kalibrieren, dann springt die Temperaturanzeuge wild durch die Gegend und dann fährt das Gerät auch nach oben. Das wird ihr durch eine Animation hier nochmal angezeigt, die Temperatur wird jetzt nach oben gefahren, geht auch mit den 12V-Netzel relativ schnell. Ich würde euch aber dann empfehlen, am besten einen 19V-Netzel euch zu besorgen. Dürfte relativ billig zu bekommen sein. Laptop-Netzel zum Beispiel, wenn ihr sowas rumfliegen haben solltet, noch halt sind ideal. Und wie gesagt, die Temperatur fällt jetzt hoch. Beim ersten Mal benutzen wir das Gerät und die Lötspitze ein bisschen dampfen. Das liegt daran, dass hier wahrscheinlich ein bisschen Löt... Lötspitzenschutz aufgebracht ist, also leichtes Öl vielleicht, damit die Spitze nicht anfängt zu rosten. Jetzt haben wir 400 Grad erreicht. Hier geht relativ zügig das Ganze hier und ihr könnt jetzt anfangen zu löten damit. Ich werde hier mal ein bisschen Lötkot aufbringen. Ich fahre mal hier auf den Teller. Übrigens ganz gut immer, wenn ihr die Spitze vor säubert. Dafür habt ihr meistens diese Schwämme bei alten Lötkoten dabei. Und ihr seht, das geht relativ schnell hier und das Ding lötet euch die Materialien, die ihr haben möchtet. Wenn ihr fertig seid mit dem Löten, übrigens eine gute Idee halt, das Gerät hier nicht komplett zum Lötkot zu befreien. Dann macht das alte Lötkot ab. Streift es einfach auch zum Beispiel über den Schwamm hier ab und macht euch direkt wieder ein bisschen Neues drauf und lagert das Gerät mit dem leichten Lötfilter. den ich hier aufgebracht habe, diesen Zinnfilm, dann irgendwo. Wenn dann der Rest gut drauf ist, schützt es einfach die Spitze und ihr habt länger was von der Spitze. Ihr könnt das Gerät hier ins Stempball schicken, halt von Hand, wenn ihr diese beiden Tasten hier parallel drückt, also beide gleichzeitig, dann fährt der runter und das auf eine voreingestellte Temperatur. Die könnt ihr euch auswählen in der Textdatei. Ich habe bei mir 100 Grad eingestellt, aber das braucht eine Zeit lang so runterfahren. Ich gehe jetzt einfach mal trotzdem auf Press und zeige euch, dass er runtergefahren ist. Null hier auf 100 Grad wahrscheinlich und geht direkt wieder nach oben, wenn ihr die Tasten drückt. Dann schlägt die Temperatur an. Das erste Mal, wenn ihr den benutzt, nach längerer Zeit kalibriert sich die Spitze hier. Das heißt, die Temperatur schwankt rauf und runter und wenn das gemacht wurde, dann geht die Temperatur relativ schnell nach oben. Ich habe hier mich festgelegt, schon mal auf 400 Grad. Das könnt ihr bei der normalen Version machen in einer Textdatei. Die liegt hier auf dem Stick schon vor. Das heißt, wenn ihr das Gerät hier mit dem PC-Verbindendatei per USB, dann habt ihr so eine Art von Mini-USB-Stick. Auf dem liegt nur eine Datei und die könnt ihr bearbeiten. Da könnt ihr die Temperaturvorgaben euch einstellen. Ich habe das hier auf 400 Grad gesetzt, denn normalerweise würde ich das hier nicht merken. Ich meine aber, mit der aktuellen Firmware geht ihr sogar hin und schreibt die Datei oder die Temperatur, die ihr zuletzt eingestellt habt, in die Textdatei selber rein, sodass ihr euch wahrscheinlich das sogar sparen könnt. Temperatur ändert ihr, indem ihr die Tasten hier länger drückt. Ich drücke jetzt mal hier auf die Taste und dann kann ich hier die auswählen. kann drauf und runter tippen. Wie ihr seht, ich gehe jetzt mal auf 300 runter und warte einfach kurz, bis es bestätigt und dann sinkt die Temperatur auch schnell ab. Jetzt habe ich die 200 Grad gleich erreicht und dann bleibt es auf 300 Grad stehen. Ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen nach oben, also einfach die Tasten wieder anhalten, hoch tippen. Das macht ihr zum Glück hier in 10er Schritten und nicht in 1er Schritten. Das wird mich extrem annerven, denn so genau brauche ich das Ganze hier nicht. Jetzt habe ich auf 400 Grad gestellt, warte wieder und er wird jetzt gleich die Temperatur wieder nach oben pushen. Das kann was dauern. Wie gesagt, ich habe hier ein extrem schwaches Netzteil, 12 Volt halt, relativ wenig Ampere. Das braucht noch ein bisschen länger. Habt ihr ein stärkeres Netzteil geht es relativ flott. Jetzt habe ich die 400 Grad wieder erreicht. Ich kann auch mal probieren und Zinn mal an die Spitze bringen. Und ihr seht, das Ganze läuft hier relativ flugs. Was interessant ist bei dem Gerät hier, es hat eine Bewegungserkennung. Das heißt, wenn ihr den Lötkolben längere Zeit ablegt, ich weiß nicht, welche Zeit ich hier eingestellt habe, wenn der Lötkolben längere Zeit liegt, dann schaltet sich das Gerät hier automatisch ab oder beziehungsweise fährt auf eine von euch einstellbare Minimaltemperatur runter. Ich habe hier, glaube ich, 100 Grad eingestellt. Ist, glaube ich, auch das Minimum. 100 Grad ist relativ sicher. Da dürfte also kein Papier euch anbrennen oder irgendwie einen Karton, wenn ihr den verkehrt hingelegt habt, den Lötkolben. Die Wohnung dürfte euch nicht abfackeln, wenn ihr es mag, vergisst abzuschalten das Gerät hier. Also 100 Grad dürfte relativ safe sein. Er fällt also automatisch runter auf diese 100 Grad, wenn das Gerät hier längere Zeit liegt. Und wenn ihr es wieder hochnehmt, dann ist hier ein Giro eingebaut halt, also eine Bewegungserkennung und dann fährt die Temperatur automatisch auch wieder nach oben. Schön praktisch zum Arbeiten halt, wenn ihr es weglegt, mal kurzzeitig, weil ihr mit was anderem beschäftigt seid und eben das Gerät wieder in die Hand fährt er automatisch wieder rauf und ihr könnt weitermachen. Mein Tipp ist, wie gesagt, nicht diese extrem feine Spitze, die ist für die meisten Lötarbeiten einfach Müll. Okay, das war mein kleiner Test hier von TS100. Für mich eine empfehlenswerte Lötkolben. Wenn ihr euch die Version hier holen sollte mit dem passenden Kabel für einen LiPo-Akku, dann achtet darauf, dass ihr euch die andere alternative Firmware runterladet, denn die beschränkt dann halt die Akkuspannung, die daraus gezogen werden kann, so ein bisschen auf den Wert des Akkus. Das heißt, ihr macht euch die Akkus nicht dauernd kaputt, wenn ihr unterwegs löten möchtet, aber da habt ihr eine Lösung, mit der ihr auch unterwegs überhaupt arbeiten könnt. Das ist auch in dem Video zu der alternativen Firmware gut beschrieben. Das verlinke ich ja, dieses Video. Und in dem Video, unter dem Video, was ich euch verlinke, zu der alternativen Firmware, da ist dann auch der Link zu dieser alternativen Firmware. Gut, dann sage ich mal, viel Spaß beim Drohnen fliegen, löten, basteln, was ihr auch immer damit machen wollt. und sag mal, ciao.